GEMA-Gebühren sind ein leidiges Thema. Ständig will die GEMA Geld von euch. Im Zweifel steht irgendwann ein Außendienstmitarbeiter oder eine Außendienstmitarbeiterin vor der Tür und möchte euch irgendeinen Vertrag andrehen. Und vielleicht habt ihr auch einfach nur vergessen, eure Veranstaltung oder euren Laden bei der GEMA anzumelden. Und plötzlich drohen euch die gefürchteten Kontrollkosten. Kann man aber GEMA-Gebühren tatsächlich vollständig umgehen? Und wenn ja, wie ist das zu tun? Das möchten wir euch heute erklären und wünschen euch deswegen viel Spaß beim Video. Die GEMA vertritt die meisten inländischen Künstler und auch ausländische Rechte, wenn sie mit den jeweiligen Verwertungsgesellschaften in diesen Ländern einen Verwertungsvertrag geschlossen hat. Das bedeutet, dass die meiste Musik, die ihr irgendwo finden werdet, gerade wenn sie etwas bekannter ist, von Künstlern stammt, die von der GEMA vertreten werden und damit die Lizenzierung dann auch über die GEMA läuft. Aber natürlich gibt es auch Möglichkeiten, wie ihr Musik abspielen könnt, ohne dass ihr an die GEMA-Lizenzgebühren abführen müsst. Diese Möglichkeit lässt sich im Grunde unter einem Stichwort zusammenfassen. GEMA-freie Musik. GEMA-frei ist Musik immer dann, wenn die Künstlerinnen und Künstler, Urheberinnen und Urheber, nicht von der GEMA vertreten werden, das heißt also mit der GEMA keinen Verwertungsvertrag abgeschlossen haben oder eben von Verwertungsgesellschaften aus anderen Staaten vertreten werden, die mit der GEMA einen Vertrag geschlossen haben. Sind diese beiden Aspekte nicht erfüllt, dann sprechen wir im Großen und Ganzen von GEMA-freier Musik. Der Vorteil für euch, wenn ihr auf GEMA-freie Musik setzt, ist, dass ihr euch nicht mit der GEMA auseinandersetzen müsst, wenn ihr irgendwelche Lizenzen haben wollt, sondern euch typischerweise direkt an die Urheber wendet. Das ist im Regelfall etwas günstiger, als wenn man die Lizenz über die GEMA laufen lässt, ist allerdings für euch auch mit einem gewissen Nachteil versehen. Denn die meisten bekannten und radiotauglichen Songs werden tatsächlich irgendwie von der GEMA lizenziert. Das heißt dann für euch natürlich, dass ihr auf 80 bis 85 Prozent des bekannten und beliebten Weltrepertoires an Musik nicht zugreifen dürft. Andernfalls, also wenn bei euch irgendwie Musik gespielt wird, die in diesen 80 bis 85 Prozent drin liegen, dann habt ihr wiederum das Problem, dass die GEMA irgendwann auf euch zukommen wird. GEMA-freiheit heißt für euch, also im Umkehrschluss, im ersten Moment mal, wenn ihr euch tatsächlich auf GEMA-freie Musik beschränkt, dann ist die GEMA nicht euer Ansprechpartner und auch andersrum darf keine Forderungen an euch stellen. Wenn aber GEMA-freie Musik nicht zu Vertretungen durch und Forderungen von der GEMA führen, warum kommt es dann immer wieder vor, dass die GEMA trotz der Nutzung GEMA-freier Musik irgendwelche Verträge an euch schickt oder euch sogar für Veranstaltungen Rechnungen ausstellt? Aus tatsächlicher Sicht hat das damit zu tun, dass die GEMA häufig, wenn keine Anmeldung erfolgt, davon ausgeht, dass tatsächlich Musik gespielt wird, die von Urheberinnen oder Urhebern stammt, die von der GEMA vertreten werden. Rechtlich gesehen darf sie das auch. Da kommen wir zu der sogenannten GEMA-Vermutung. Der BGH hat entschieden, dass tatsächlich die GEMA, dadurch, dass sie so viele Urheberinnen und Urheber vertritt, davon ausgehen darf, dass die Werke, die vor Ort gespielt werden, von Künstlern stammen, die von ihr vertreten werden. Das bedeutet, in einem gerichtlichen Verfahren und natürlich im besten Fall auch schon außergerichtlich, seid ihr dafür verantwortlich, der GEMA zu sagen und nachzuweisen, dass ihr auf Musik setzt, die von Künstlern stammt, die nicht von ihr vertreten werden. Wie ihr das am besten macht? Nun, da gibt es mehrere Wege, die die GEMA typischerweise akzeptiert. Am einfachsten ist das natürlich, wenn ihr eine Playlist zusammengestellt habt, die ihr einzeln aufgeführt an die GEMA übermitteln könnt und ihnen damit zeigen könnt, dass tatsächlich nur GEMA-freie Musik gespielt wird. Ganz wichtig, wenn ihr der GEMA eine solche Liste übermittelt, dann müssen unbedingt alle Urheberinnen und Urheber mit vollständigem Namen und der Titel des jeweiligen Songs an die GEMA übermittelt werden. Liegen euch nur Pseudonyme vor oder könnt ihr etwa gar nicht zuordnen, von wem das Lied eigentlich stammt, dann bewegen wir uns schon in einem Bereich, in dem die GEMA Ja oder Nein sagen kann. Das ist also ein wenig kompliziert und kann zu Problemen führen. Eine weitere Möglichkeit, die insbesondere in einzelnen Branchen durchaus üblich ist, ist die Kooperation mit einem bestimmten Vertragspartner oder eben einem bestimmten Urheber oder einer Urheberin. Die stellt euch dann passgenau für euer Unternehmen die Musik zur Verfügung und bestätigt euch gegenüber der GEMA, dass keine der Werke von der GEMA vertreten werden. Diese Möglichkeit ist also quasi ein Lizenzvertrag ohne Nutzung der GEMA eben mit anderen Urheberinnen oder Urhebern. Überall im Internet finden sich kostenlose Playlists, beispielsweise logischerweise auf YouTube oder Spotify, bei denen die Ersteller behaupten, die Musik sei GEMA-frei. Dabei ist es allerdings so, dass das, selbst wenn das bei Erstellung der Liste vielleicht mal gestimmt haben mag, zwischenzeitlich sich die rechtlichen Einschätzungen geändert haben können. So ist es beispielsweise so, dass Urheber, die zwischenzeitlich GEMA-Mitglied geworden sind, natürlich auch dem GEMA-Repertoire unterfallen können und dann wiederum die gesamte Liste nicht mehr GEMA-frei ist. Ein weiteres Problem kann dadurch entstehen, dass diese Listen vielleicht ohne die Zustimmung der Urheber erstellt werden. Oder die Urheber diese Listen nur für den Privatgebrauch zur Verfügung gestellt haben und, wenn ihr die geschäftlich nutzt, ein Lizenzverstoß vorliegt. Vor dem Hintergrund der möglicherweise verändernden Umstände können wir aber definitiv nicht dazu raten, auf solche Listen zurückzugreifen. Haftbar gegenüber der GEMA seid am Ende des Tages nämlich immer ihr als Nutzer. Vor diesen Hintergründen kann GEMA-freie Musik grundsätzlich mal ein sehr gutes Tool sein, um eure Kosten im Betrieb zu senken. Allerdings ist bei der Nutzung tatsächlich Vorsicht geboten. Als kleiner Tipp zum Schluss. Wenn ihr euch unsicher sein solltet, ob ein Werk von der GEMA vertreten wird oder nicht, dann könnt ihr auf der Homepage der GEMA dieses Werk und den jeweiligen Urheber in eine Suchmaske eingeben und dann euer Ergebnis tatsächlich rechtssicher bestätigen oder verwerfen lassen. Also, wenn ihr euch auf der GEMA vertreten könnt,